Die freiwilligen Müller der Schlachtmühle Jever haben den Walzenstuhl in Betrieb genommen. Nun brummt er im ersten Stock des Galerie-Holländers am Hochsweg sanft vor sich hin und malt Schrot zu feinem Mehl. Damit können wir demnächst einen kompletten Mahlgang vorführen, freut sich Windmüller Edzard de Boer. Die Müller haben die Maschine komplett zerlegt, alle Teile gereinigt und aufgearbeitet und am Ende direkt auf dem Boden wieder aufgebaut. Auch Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen Jever haben dabei mitgeholfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017